So, die letzten Male habe ich mich jetzt nicht so sonderlich viel mit oben bekleckert, aber ich habe einen blauen Yoshi, das ist quasi ein Zeichen meiner unheimlichen Spielqualität. Es bleibt noch die Frage offen, ist dort im Vanilla Ghost House ein geheimer Ausgang zu finden oder nicht? Und hier bleibt die Frage, wo ist hier in der Cheesebridge Area der geheime Ausgang? Gucken wir mal, ob wir das herausfinden können, aber ich bin doch ein ganz guter Ding, ob der Ausgang so geheim ist, ist halt die Frage. Vielleicht, vermutlich war das, was wir vorgestern, was ich vorgestern erspielt habe, also beziehungsweise vor vier Minuten, wahrscheinlich schon der geheime Ausgang, den man nämlich quasi nur erreicht, wenn man einen Yoshi hat. Und den hatte ich ja zufällig dabei, das weiß man aber nicht, ich weiß es nicht, darum versuche ich jetzt einfach mal bis ans normale Ende, nee, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ich jetzt hier das normale Ende, also ganz normal ohne den Flugpart, erreichen will und es dadurch dann irgendwie plötzlich, yay, das ist hier der Mega-Ausgang oder so. Nee, das kann nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Nee, also da, nee. Da glaube ich selbst nicht dran. Wow, Jungs! Geht gar nicht, Alter. Ich glaube, der geheime Ausgang ist zwischen diesen beiden Röhren. Und hier muss ich meinen Yoshi zurücklassen. Und mein Leben. Offensichtlich. Alter! Wow! Ja, und hier, da. Habt ihr gesehen? Hinter dem Ziel. Wisst ihr nicht, was ich meine? Wie war das denn? Puh.